Musik 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 Okay, kann ich die vielleicht? Nee, ähm Ja doch So Kann ich den vielleicht Aktivieren Achso, ist nur das Na, okay Dann machen wir es nochmal Schlechte Idee Jason wird mich sehen Na los, runter So Ah Nein Hier entlang Hier entlang So So Das war der Joker Ich weiß, wie sich das anfühlt Ich mag nicht so zu tun, als würdest du verstehen Okay Okay Du wirst da drinnen sterben Unter Schmerzen Okay Ich muss durch die Klappe im Rolltor entkommen, bevor das Gas freigesetzt wird Im Rolltor? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Was für eine Klappe im Rolltor? Das ist Gerechtigkeit Das ist was du verdienst Ah ja Äh Äh Ich bin lebendig Was zur Hölle Ich empfange hier ein Signal Überall Störgeräusche Ich versuche es zu orten Oh Hast du Schiss? Das ist kein Signal mehr Er könnte überall sein Okay Und dann nochmal die ganze Krütze von Anfang an Ich habe diese Jungs trainiert, Batman Hab ihnen alles beigebracht, was du kannst Ja, dann ist das schön Achso Ändet euch, wo seid ihr? Kommandoraum gesichert Und der Rehnage ist sauber Okay, drei drücken zusammen, wir darf uns nicht überlassen Signal ist zurück Das Signal ist weg Oh 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 Wir können nichts für ihn tun Wir verteilen uns Und nehmen Rachen Sehen wir auf der Typ okay Wo? Bin bei den Aufzügen Ich decke dich Na gut Das stinkt da förmlich nach Batman Meinst du, er ist hier? Wer soll es denn sonst sein? Der Boss hat gesagt, er würde versuchen Einen nach dem anderen auszuschauen Jason ist hier Ich kann den Synthesizer nicht verwenden Oh Lass ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern Äh, warum ist denn der andere da umgefallen? Okay Okay Ja, ist okay Wenn du ihn besiegen? Versuch's nur Ruhe So 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 Achso Nein Oh Achso So So Hier endet es dunkler Ritter Hier und jetzt Okay So, jetzt nochmal hier so Zack, hier rein Dahin So Okay Okay Durch das Rollgitter meinte er vorhin Nicht, dass wir hier nochmal sterben Du bist kein Held, kein Retter Du hast mich im Stich gelassen Und du wirst jetzt auch Gotham im Stich lassen Das war der Joker Ich weiß, wie sich das anfühlt Das war der Joker Fack nicht so zu tun, als würdest du verstehen Du wirst da drinnen sterben Und das schmerzen Tut mir leid, ich weiß nicht Ich muss durch das Rolltour entkommen, bevor das Gas freigesetzt wird Ja, tut mir leid, also ich weiß nicht welches Ich hab keine Ahnung welches Rolltour er meint Jetzt sind wir quitt, Bruce Ich hab keine Ahnung welches Rolltour er meint Wie soll ich das bloß machen durch das Rolltour Ich hab ein Signal Überall Überwachungsspuren Versuch Kein Signal mehr Er könnte überall sein Das Wasser steht unter Strom Bleib weg davon Ich hab genug Kompass Mann, 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 Mann Mann, 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 Mann Ich krieg das Signal wieder weit Okay Kein Signal mehr Verdammt Dann soll es wieder von vorne beginnen Was ist das? Hier drüben Ich hab einen gefunden Er ist verletzt Wo seid ihr? Bin in der Kommandosentrale Schnell Was ist mit ihm passiert? Es ist Batman Er ist hier Sicher? Ja Sieh ihn dir an Passt ins Profil Ich weiß nicht Tja, ich aber Er ist es Er ist hier Lass ihre Mine Zurück Ich mach die Mine scharf Hm Platz ihre Mine Okay Machen wir erstmal so Ah ne, halt Ähm So Scarecrow hat Pläne mit dir Batman Aber ich will dich einfach nur füllen Alles okay Jungs, seht ihr was? Verteilt euch, achtet auf die Ecken Ich gebe euch von oben Deckung Standardprotokoll für den Fledermausangriff Verteilen und suchen Er könnte überall sein Ich bin echt ein Überlegner Wie ich das hier weiter schaffe Also Achso, ja, ja Ist gleich aus Schaltet ihn aus, egal wie Ach ja Ja Sieh ihn jemand Negativ Hier ist alles sauber Wiederhole Alles sauber Gleich sehen sie den nach unten Was ist mit dir passiert? Ja Ist ja okay Kein Anzeichen für einen Kampf Jemand hört mich abgehört Und nochmal Du hattest so viele Gelegenheiten ihn umzubringen Du bist schuld, dass Joker mich erwischt hat Hier hin Kannst dich nicht verstecken? Das war der Joker Ich weiß, wie sich das anfühlt Mag nicht so zu tun, als würdest du verstehen Das geht ohne Probleme jetzt Aber wie gesagt Das Rolltor nervt gerade Welches Kack Rolltor meinte denn? Ich muss durch die Klappe im Rolltor entkommen, bevor das Gas freigesetzt wird Hä? Achso Ich habe gelernt Schmerz zu ertragen Batman Und zwar von dir Du kannst nichts angreifen, dass du nicht sehen kannst Achso Optische Beugungspanzerung Deine Sensoren helfen dir hier nicht Benutze deine Augen, Batman Wenn du noch weißt wie So gar kein Ding Den erstmal deaktivieren Dann darf ich nicht Das heißt Die muss ich auf jeden Fall immer auslassen Schlechte Idee Jason wird mich sehen Zwei Haha, ich wusste, dass hier nicht einer ist Eins Eins, zwei, drei Schmerz So Verteilt euch und finde sie 6 sorta Nein- 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 nein Sonst befreitest steigende Freak Okay, dann noch mal. So. So, komm, komm, komm. Hehehehe. So. Zack, hier hoch. Ich will noch mal den Wings ausschalten. So. So. Was ist mit dir passiert? Das ist mit dir. Ich hab euch. So. Sehr schön. Puh. Jason wird mich kommen sehen. Ich muss direkt unter seinen Aussichtspunkt, um ihn auszuschalten. So. 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 jetzt. So. jetzt. Jetzt aber. so. 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 du bist auf jeden fall erst mal aus. so. 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 Okay. Dich nehme ich jetzt schon mit zurück, klar.